Musik 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 So, warte mal. Erstmal das Viehchen Musik Und dann nochmal den Holzstamm hier. Weil dann können wir gegebenenfalls doch nochmal den Pferdestall ganz besorgen. So, langfristiger Plan jedenfalls. Ich probiere beim nächsten Mal den richtigen Gaul aus. Der hier ist ganz cool irgendwo aber der ist doch bisschen behäbig. Musik 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 Wir sind jetzt spät. Ab nach Hause. Kupferschrott Kupferschrott Und alles hinein. Dann volle Pulle. Gewin. So. Kupferschrott. Wieder verwerten. So. Und bei dir einmal Gummischrott. Danke. Tja. Da waren es noch drei die fehlten. Da hoffen wir mal auf gute Ausbeute. Von dem Recyclern. Beziehungsweise ein paar Gummireste noch in der Ruine oder so. Man sollte das auch hinhauen. Ähm. Warte jetzt. Was macht denn der Outlaw aus der LX2 hier? Der sieht auch anders aus. Das sind's. Everybody hands up. Nobody moves. Hey, hey, hands up. Startswein Nummer eins. Okay. Well. Ich hab's. Let's go. Wuhh. Freeze, Logan. Wir haben dich jetzt. Danke. Verdammt Bugs. Höh? Gleiter? Willkommen in Minecraft. Ich will auch ein Elytra. Sah jedenfalls aus wie eins. Untersuchung. Forschungszentrum. Ja. Der Veredler. Das will ich. So. Einmal Gummi. Woher? Gummimmi geben. Äh. Es fehlen noch zwei Gummiringe. Kann einen herstellen. Ja, dann. Also, Guckenrohr. Da fehlt uns. Oh, ich kann das schon herstellen? Ach, wir brauchen zwei davon, ne? Für die Quest. Ja, wir brauchen zwei. Äh. veredlern zusammenbauen gummischale kupferschrauben 12 herstellen marmorplatte 2 kann ich auch herstellen hartholz stock noch neun kupferschrauben erst mal so das hartholz dingsbums war das war das eine hartholze klinge ach muss ich noch und noch doch noch kauf holzstock die waren hier ne hartholz stoff zwei stück und marmorplatten auch zwei stück eine habe ich noch also ich kann nur eine herstellen weil mir marmor fehlt egal dann holen wir uns erstmal neue aufträge moment ja moin Ich habe mich nicht gesehen, dass du nichts gesehen hast. Ich habe ein Feuer in dem Manns eyes gesehen. Ein furchtiger Wendung für Vengeance, das schluss durch meine sehr Essence schluss. Alright, pal. Hast du nichts gesehen, dass du in eine Art von der Verordnung gesehen hast? Nicht zu diesem Grund, nein, ich nicht. So, lass mich das genau sagen. None of y'all saw ihn take anything. Nobody got robbed? Entschuldigung, Kapitän, Herr. Ernest, Attara-Times. Können Sie sich auf alle wilden Allegationen über diesen Inzidenzen beantworten? Wer ist der Slogan? Und was sind seine Motivationen? Glaubst du, er könnte in der Possession von Weaponen von Mass-Destruktion sein? Okay, wir haben unseren Reporter. Der Käpt'n ist der Charakter, das ist auch so geil, ja. Das kann auch was werden. Die ist ja jetzt nicht so schön gelaufen. So. Er sagt ja, die haben irgendwas im Zug gesucht und haben es auch anscheinend gefunden. Es war eine Frage, was es war. Glaslinse, ja, was tun wir hin? Gummiring, nur ein Stück. Gummischlauch. Achso, weil ich noch einen offen habe. Ja, passt schon. Eisenriegel. Ja komm, lass mal kaufen. Ledergürtel. Ich brauche, ähm, Chromstahlstange. Jackmelhut. Ne, den habe ich noch nicht. Ach, da ist die Klinge. Kupferlautsprecher auch gleich. Cheeseburger. Werkbank. Gut. So, lass mal passen. Habe ich die Schläuche nicht noch auf Lager? Mir war so, als ob... Ach ne, die konnte ich ja nicht annehmen. Wir haben aber... Gucken, die... Bronzerohre brauchen vier Stück. Glas haben wir da. Dann müsste das doch machbar sein. Bronzerohre... Aber die sind wahrscheinlich auch hier bei den Schleifgeräten, ne? Jo. Vier Stück. Dankeschön. Ein Gummiring, ey. Ich lass den Gaul mal stehen. Boah, das ist ja eh nicht so weit hier. Wollte eigentlich die Mine runter, aber... Vorerst brauche ich nochmal Marmor. Drei Marmor. Ich bezweifle, dass das reicht. Also noch einen. So. Das reicht mir erstmal für den Anfang wo unsere Zwecke. Und dann... geht's hier hinein. So. Kupferschrott. Keine Gummischrott ist schlecht. Mechanischer Schrott. Ja, mach mal. Ja, du hättest auch alles machen können. Danke. Oh, hier ist Kupferschrott, den wir noch nachlegen können, ne? Sieht es mir dem Wasser aus? Jo. Das machen, das machen. Okay, Wasser ist alle. Jedenfalls unsere Reserve. Da sollten wir mal gucken, ob wir welches bauen können. Durch den Tau. So können wir. Marmor-Ziegel. Ne, ähm. Wie war das? Platte? Moment. Ah, da brauchen wir Marmor-Ziegel für. Die Marmor, glaube ich, hier, ne? Das würde das... Ach, okay. Ja, dann machen wir drei Stück. Beziehungsweise machen wir gleich mal zehn. Oder Maximum. Was du kannst. Ähm. So. Das ist in Arbeit, das ist in Arbeit, das ist in Arbe... Oh Gott. Alter. Das rennt mir hinterher. Ähm. Gummischrauber... Äh, Kupferschrauben sind in Arbeit. Marmorplatte ist in Arbeit. Hartholzstock ist in Arbeit. Bronz... Oh, warte. Marmorstock ist fertig. Der Marmorstock. Äh. Hartholzstock. So. Bronzeklingel, da brauche ich die Kupferschrauben noch für. Ähm. So. Maximum. Dankeschön. Dann lass uns mal gucken, ob wir nochmal irgendwo Gummischrott auftreiben können. Ansonsten gehen wir gleich erstmal in die Ruinen runter. Kann ich da eigentlich? Nee. Schade. Ach, ich bin blind. Guck mal, hier ist doch Gummischrott. Das ist doch super. Hm. 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 Zweimal Gummi. Hm. Wir brauchen, glaube ich, drei Gummi für... Für den ganzen Kram. Aber wenn jetzt noch eins abfällt... Nee, Gummi-Schrott einmal. Forschungszentrum müssten wir uns auch nochmal hinbegeben. Alter. Wo ist der Messer? Hier waren wir auch nicht, ne? Ähm. Geht's hier hoch? Also ja, aber wie weit? Okay. Das wird nix. Das ist der Rest der Bahnstrecke auf der anderen Seite, kann das sein? Na ja. Moment. Moment. Ähm. Ähm. Das klingt, als wenn das Vieh Stöckelschuhe anhat, ne? 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 Ach, würd ich jetzt mal behaupten. Sind wir auf der Karte? Okay. Oh, das deckt sich so direkt auf. Nicht wie in einem Porsche, wo man... Ugu... Okay. Ich hatte gerade Bedenken geäußert aber. Oh, das Zeug sieht gefährlich aus hier. Uh, was ist das? Komm mal rein. Antwort ist nö, noch nicht. Ich sehe euch nicht, ich höre euch nicht. Okay. Uh, kommen wir hier rauf? Also das nein. Schade. Moment. Ne, das geht auch nicht so richtig. Na ja. Das sieht nicht so weit unten gefährlich aus. Da geht es nicht so weit runter wollte ich sagen. Oder soll man hier runter können? Ne, hier ist Alpha Wand. Okay. Verstehe. Flüsterebene. Ja, moin. Ich muss da mal weg. Oh, das sind die Jenen. Okay. Okay. Okay.